Moin moin, meine lieben Freunde, was geht? Heute ist der Warhammer Day und ich hab gestern bereits ein Video über die ganzen Gaming- und Merch-Aktionen gemacht, die es aktuell so gibt, aber in den Kommentaren hat mich einer von euch, danke nochmal, auf ein richtig, richtig, richtig gutes Angebot aufmerksam gemacht. Und zwar habt ihr hier bei Humble, ein Humble Bundle, zwei sogar, das andere zeige ich gleich auch noch, zum Thema Warhammer, wo ihr neun Artikel, wovon hier sieben Spiele sind und zwei Gutscheine, für 13,44 Euro bekommen könnt. Und das ist tatsächlich, im Vergleich zu diesem Steam-Sail-Ding, ein unfassbar, unfassbar guter Preis. Alleine, weil hier das Age of Sigmar-Spiel, glaube ich, noch 50 Euro auf Steam kostet und das Spiel hier wollte ich mir sowieso holen, hab ich ja gesagt, für den Oktober. Und das ist ein sehr guter Deal. Wer Humble Bumble nicht kennt, oder Humble heißt es mittlerweile nur noch, da könnt ihr quasi, also ihr müsst einen Mindestbetrag zahlen, hier die 13,44 Euro zum Beispiel, um diese neuen Artikel zu bekommen. Hier gibt es dann natürlich noch andere Bundles, falls ihr nur Bock habt auf das Inquisitor-Spiel hier, mit einem DLC oder diesem Org-Spiel, gibt es einen Mindestpreis. Ihr seht hier 5,37 Euro, 10,75 Euro, 13,44 Euro, ihr könnt aber auch mehr zahlen. Und etwas von dem Gewinn, den ihr halt bezahlt, der wird dann gespendet an Wohltätigkeitsorganisationen. Hier zum Beispiel, ne, Brustkrebs, Research und It Gets Better. Ich weiß jetzt nicht genau, was die machen. Und da könnt ihr dann hier einstellen, okay, ich bezahle dir 13,44 Euro oder ich bezahle dir 25, weil es immer noch ein guter Deal für diese Spiele hier. Und ja, dann kann man sich das hier gönnen. Ist dann für Steam, kann man da halt dann einlösen. Wurde jetzt schon 7000 Mal verkauft, ähm, das heißt, sehr guter Deal. Geht noch 18 Tage. Ich weiß aber nicht, wie das hier ist, ob es hier nur eine begrenzte Anzahl an Keys gibt oder ob das dann irgendwann ausverkauft ist, das Bundle. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr euch mit Humble ein bisschen besser auskennt. So, aber dann habe ich hier mal ein bisschen geguckt, was es noch so gibt. Und es gibt hier noch ein Buch-Bundle, ja. Und hier habe ich gesehen, Black Library, Tales of Space Marine Chapters. Geht noch 10 Stunden, 11 Stunden. Ähm, und hier ist einiges dabei. Ihr seht hier schon, ne. 16,21 Euro für 24 E-Books. Als E-Pub und Mobi. Könnt ihr also für eure ganzen Plattformen benutzen. Und hier auf so einer Seite kann man das einlösen. Kenne ich jetzt nicht. Und hier sind einiges, einiges an Büchern dabei. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die auf Englisch sein werden. Da habe ich jetzt hier auf der Seite nichts dazu gefunden. Aber ich weiß halt auch, dass viele Leute von euch auf Englisch lesen. Und ja, hier gibt es einiges, einiges über verschiedene Space Marine Chapters. Das bedeutet, der Deal hier ist für Leute, die Bock haben, sich ein bisschen in die Lore reinzulesen, tatsächlich eine richtig, richtig nice Sache. Und halt auch hier wieder für 16,21. Das ist quasi geschenkt. Wurde hier auch schon 13.000 Mal verkauft. Aber wie gesagt, hier steht jetzt halt leider nichts dabei. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das Ganze hier auf Englisch ist. Ich glaube, die meisten davon gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Und hier sehen wir sogar noch mal, was die Leute gespendet haben, um sich das zu holen. Auch schöne Sprüche für den Imperator. Oder Chaos, Gott, auf jeden Fall. Durchschnittlicher Kaufpreis 16,24. Also, die meisten kaufen das für den Mindestdings. Aber dann gibt es hier auch mal Ehrenmänner, die das mal für 50 Euro, 50 Dollar, 40 Euro und so weiter kaufen und damit auch noch etwas Gutes tun. Für die Rollenspielleute unter euch gibt es hier tatsächlich noch ein Warhammer-Angebot. Und zwar Deathwatch and Rogue Trader. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, das ist quasi so ein bisschen in Richtung Pen & Paper. Gibt es hier auf jeden Fall auch noch richtig, richtig, richtig viele Bücher. Und zwar hier für 25, 63, 41 PDFs. Ja, wie gesagt, könnt ihr gerne mal abchecken. Ich packe euch den Link nochmal unten in die Videobeschreibung. Hier kann man richtig gute Deals machen. Ich glaube, jeder einzelne davon lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten freue ich mich nachher auf den Warhammer-Stream. Ich bin gespannt, was heute alles vorgestellt wird. Ihr wisst, ich berichte darüber hier auf diesem Kanal. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch davon was holt oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.